Provinz Khordasan, ISPK, heißt der Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat IS. Khordasan steht für eine historische Region in Zentralasien. Sie umfasst Teile von Afghanistan, Usbekistan, Turkmenistan, Tatschikistan und des Iran. Seit etwa zehn Jahren operiert der ISPK hauptsächlich von Afghanistan und Tatschikistan aus. Der ISPK gilt als einer der aktivsten Arme des IS und nannte 2014 als Ziel den sogenannten gottlosen Westen und Russland. Grund ist das Eingreifen Russlands in Syrien und ehemaligen muslimischen Sowjetrepubliken wie Tschetschenien und Dagestan. Nach dem Anschlag in Moskau stellt sich auch die Frage, wie groß ist die Terrorgefahr bei uns? Bundesinnenministerin Nancy Faeser zeigt sich besorgt. In Frankreich wurde die höchste Terrorstufe ausgerufen, mit Blick auf die Olympischen Spiele. Und auch bei uns gibt es Forderungen, die Sicherheitskonzepte für die Fußball-EM nochmal zu prüfen. Seit dieser Nacht gilt in Frankreich die höchste Terrorwarnstufe. Für Polizei und Militär bedeutet das verstärkte Präsenz, besonders dort, wo viele Menschen zusammenkommen. Es ist die Gruppe islamischer Staat-Provinz Khorasan, der am ehesten zugetraut wird, einen großen Anschlag in Europa zu verüben. Auch in Deutschland halten sich nach Ansicht von Experten viele Mitglieder dieser Gruppe auf. Es sind eine ganze Menge Anhänger des IS in Afghanistan, nach Deutschland eingesickert. Und zwar im Schatten der Flüchtlingsströme, die aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind. Der afghanische IS-Ableger ist auch die Terrorgruppe, die an Weihnachten mit dem Attentat auf den Kölner Dom gedroht hatte. Die beiden Afghanen, die letzte Woche in Thüringen festgenommen wurden, sollen ebenfalls zum islamischen Staat-Provinz Khorasan, kurz ISPK, gehören. Die Bundesregierung bestätigt, dass die Sicherheitsbehörden wegen der islamistischen Gefährdung in hoher Alarmbereitschaft sind. Und das schon seit Monaten. Der ISPK ist nach unseren Erkenntnissen derzeit der aggressivste IS-Ableger. Der bayerische Innenminister Herrmann sagt, man kenne zwar viele Gefährder in Deutschland, aber... Die größten Gefahren gehen nach wie vor von Leuten aus, die völlig neu einreisen. Darum müssen wir die Grenzkontrollen weiter verstärken. Die Bedrohungslage für die Bevölkerung wird durch die Behörden ständig beobachtet. Wenn sich etwas ändert, werden die Sicherheitsmaßnahmen umgehend angepasst. Nach dem Anschlag von Moskau machen sich viele Sorge um die Sicherheitslage bei uns. Wir freuen uns jetzt, dass die Schalte nach London steht. Zu dem renommierten Terrorismusforscher Peter Neumann vom Londoner King's College, den ich herzlich begrüße. Herr Neumann, Bundesinnenministerin Faeser warnt vor akuter Terrorgefahr. Wie schätzen Sie das ein? Was heißt das konkret? Also, was das konkret heißt, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber es bedeutet natürlich, dass die Terrorgefahr zugenommen hat. Sie hat zugenommen durch die Aktivitäten des ISPK, die Organisation, die jetzt in Moskau die Anschläge verübt hat, die auch in Westeuropa aktiv ist, wo wir vor den Weihnachtsferien gesehen haben, dass sie auch in Westeuropa versucht haben, Anschläge durchzuführen. Aber sie ist auch deswegen akut, weil wir seit dem 7. Oktober, seit der Terroroffensive der Hamas, insgesamt ein wieder aktiviertes islamistisches Milieu haben. Also viele Leute, die was tun wollen. Deswegen sage ich, aktuell ist jetzt wieder die islamistische Gefahr die größte Terrorbedrohung für Deutschland. Haben Sie Erkenntnisse über die Aktivitäten dieses Ablegers des islamischen Staates in Deutschland? Geht die größere Gefahr von Menschen aus, die einreisen oder von denen, die schon hier sind, von sogenannten Schläfern? Also der ISPK rekrutiert ja häufig in der Diaspora. Und so sind die mir zum ersten Mal auch aufgefallen. Vor zwei Jahren ungefähr habe ich mir Statements des Generalbundesanwalts durchgelesen und habe dann immer gemerkt, da sind ja Tadjiken, Usbeken, Afghanen dabei. Also Personen, die man eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und das war eben Teil davon. Natürlich versucht er, Diasporas zu aktivieren, vulnerable Leute in fremden Ländern wie zum Beispiel in Russland, aber auch in Westeuropa und die dazu zu bringen, in Netzwerken aktiv zu werden. Und genau das haben wir in den letzten anderthalb Jahren gesehen. Und das ist die große Gefahr, die von diesem ISPK ausgeht. Sie haben es eben angesprochen und wir haben es im Film gesehen. Die Behörden haben in Thüringen zwei Verdächtige festgenommen vor wenigen Tagen. In Köln wurde vor Weihnachten ein Anschlag auf den Dom verhindert. Wie bewerten Sie das? Haben die Ermittler die Bedrohungslage ganz gut im Griff oder haben die einfach Glück gehabt? Also es ist schon ein Anzeichen dafür, dass man sehr auf diese Bedrohungslage fokussiert ist. Und ich spreche ja auch viel mit Nachrichtendienstchefs. Und die sagen mir in den letzten ein, zwei Jahren immer wieder, ISPK, darauf sind wir sehr fokussiert, die haben wir sehr stark im Blick. Auch die Amerikaner tun das übrigens, deswegen ja auch die Warnung am Anfang des Monats auf die Anschläge in Russland. Also ich glaube schon, dass da ein ganz schöner Fokus drauf ist. Es ist nur so, die Anschläge werden immer häufiger, sie kommen immer näher. Und es kommt halt jetzt darauf an, wer ist schneller. Das ist immer so eine Art zynischer Wettlauf zwischen den Sicherheitsbehörden und den Terroristen. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Putin diese Warnung in den Wind geschlagen hat? Ich glaube, das hängt vor allem mit seinem eigenen Mindset, mit seiner eigenen Psychologie zusammen. Er konnte sich gar nicht vorstellen, dass Amerika ihm was Gutes möchte. Er hat das abgetan, hat gesagt, das ist eine Art psychologischer Kriegsführung gegen Russland. Die versuchen uns zu destabilisieren. Wahrscheinlich ist das, wenn man jetzt amateurpsychologisch ein bisschen analysiert, so eine Art von Projektion. Weil er das machen würde, nimmt er an, dass die anderen es auch tun. Und das war natürlich ein großes Versäumnis. Und davon versucht er jetzt abzulenken, indem er das Ganze auf die Ukraine zu schieben sucht. Herr Neumann, noch ganz kurz. Viele Menschen bekommen Angst, wenn sie von Terrorgefahr hören. Wie sollte die Politik damit umgehen? Warnen, ohne Panik zu verbreiten. Schwieriger Spagat, oder? Das ist immer ein schwieriger Spagat. Ich glaube, die Bundesregierung hat das bisher ganz gut hingekriegt. Wichtig ist allerdings auch, dass viel hinter den Kulissen passiert. Dass man priorisiert, dass die Ressourcen jetzt genau in die Abwehr dieser Bedrohung gehen. Dass man dafür sorgt, dass alles getan wird, damit nichts passiert. Natürlich kann man das nicht hundertprozentig garantieren, aber man sollte sein Bestes tun. Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch. Der Terrorismusexperte Peter Neumann war das. Dankeschön. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020